Jetzt gibt es eine Melone. So, jetzt esse ich zwei Gurken, so wie sie sind und ohne alles. Nicht mal abwaschen, weil sie auf dem Garten sind. Und jetzt gibt es ein Kilo Nektarinen. So, jetzt gibt es Oliven. So, jetzt gönne ich mir ein paar Walnüsse. So, jetzt gibt es eine Gemüsepfanne aus Blumenkohl, Aubergine, Erbsen und Zucchini. Die Zucchini ist aus dem Garten. Der Rest ist eingekauft. Und zum Glück habe ich noch daran gedacht, jetzt gibt es einen Gurkensalat bzw. gab es und das ist der klägliche Rest. Zwei Äpfel und eine Portion Oliven. So, und jetzt gibt es vier Bananen. So, ich bin gerade wieder 16 Kilometer gewandert und ja, irgendwann hatte ich so richtig einen Hunger bekommen. Da bin ich einer frischen Bäckerei vorbeigegangen. Und ja, das ist jetzt was übrig ist von einem 3 Pfund Brot. Das ist jetzt sozusagen das Überbleibsel. Ich habe jetzt sozusagen 3 Pfund Brot gegessen. Und ich glaube, viel mehr wird es dann halt auch nicht. So, grüner geht es nicht. Der Morgen beginnt mit einem grünen Smoothie, der wirklich extrem grün ist. Und zwar, und auch ein bisschen rot, weil hier rote Beteblätter drin sind. Die rote Beteblätter, nehmt die rote Beteblätter. Nehmt nicht die rote Bete, sondern die rote Beteblätter. Hier ist alles drin, was auch eine rote Bete drin ist, ist es meist für den meisten kostenlos, weil sie wegschmeißen. Und es ist viel intensiver und um vielfaches besser, die rote Beteblätter als die rote Bete. Ja, noch Stangensellerie und so weiter, Grünkohl, alles drin. Und dann wird es heute im Laufe des Tages zweieinhalb Kilo Kartoffeln geben. Mein Sohn ist da und ja, wir essen gar Kartoffeln. Und deswegen koche ich jetzt hier zweieinhalb Kilo Kartoffeln, lasse die dann abkühlen und dann snacken wir halt dann immer eine Kartoffel. Ich sage mal, von dann zweieinhalb Kilo werden anderthalb Kilo, ups, anderthalb Kilo für mich drauf geben und ein Kilo wird wahrscheinlich mein Sohn essen. Kartoffeln ohne alles einfach so zum wegsnacken. Und jetzt gibt es ein paar Bananen. Eine Handvoll getrocknete Tomaten. Eine halbe Melone. Jetzt gibt es noch eine große Portion Energiekugeln. Allerdings habe ich nicht alle aufessen, sondern es gibt auch noch ein paar beim Rohkost-Potlack.